So, Hallöchen und Herzlich Willkommen zu Let's Play Card of Duty Advanced Warfare. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht gehört. Das war jetzt nämlich mal wieder mein Headset, aber ihr solltet davon eigentlich gar nichts gehört haben. Oha, okay. Ich nehme das Ganze jetzt heute mit meinem neuen Mikrofon auf und ich hoffe, die Render-Settings sind jetzt heute so in Ordnung. Ich spiele deswegen gerade auch nur Team Deadmatch und die Grafik sieht gerade irgendwie noch so ein bisschen zu matcht aus. Weiß ich auch nicht, warum. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall spielen wir hier nochmal die gleiche Map, die wir am Anfang schon mal gespielt haben. Aber ist jetzt halt so, weil ich möchte jetzt einfach mal gucken, ob die Qualität zu passt. Das erste konnte man sich ja sowieso eigentlich gar nicht anschauen. Ich bin mir auch am überlegen, ob ich das Ganze vielleicht wieder rausnehme. Heute nehme ich übrigens auch wieder mit meinem Rode NT1 auf. Alter, übel. Übel ist das irgendwie Hardcore oder so? What the fuck? Ich sterbe gerade so... Ich sterbe gerade so übel schnell, ne? Oder ist das einfach so? Also, das ist echt heftig, wie schnell man... Oder wie schnell ich hier gerade selber überhaupt sterbe, ne? Okay, den haben wir. Oh man, fail. Oh meine Fresse, oh mein, oh mein, oh mein, oh mein, oh mein. Oh mei, oh mei, oh mei, das gibt so nicht. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich weiß, ich bin anfangs in CD immer ein bisschen schlecht, aber ich meine, ich leide einfach das hoch, weil es gibt einfach gute Zeiten, schlechte Zeiten. So eine Meinung von den Spielern, wenn ihr wollt, wie auch, oh, keine Ahnung. Oh, ich glaube, labert gerade, ich bin scheiße, aber ich bin gerade froh, dass ich meine Rode hat einfach die Qualität von dem Mikro, das ist, ich freut mich ja einfach, dass ich da jetzt so ein Ding habe, weil, äh, ich meine, man kann da echt nichts sagen, aber alle übel. Oh man, oh man, oh man, oh gott, oh gott, oh gott, ich red grad auch ein bisschen schnell und viel vor allem nicht, aber ich, oh, dieses Rode, das, äh, da macht es auch noch gleich 5. Alter, übel. Ich sag gerade, ich nicht. Alter, ich sterbe irgendwie, ist das, was ist denn das, ist das Hardcore Team, sag ich mir jetzt schnell, ne? Eigentlich ja nicht. Ich weiß nicht, es kommt mir so, falls ich jetzt gerade schneller sterbe. oder habe ich irgendwie keine kacke waffen kacke waffe sind aber auf jeden fall ist die einfach übel hässlich mal ganz kurz auch eine andere waffe mal benutzen dann für die nächste runde zumindest also tut mir leid wenn ich da jetzt hier ein bisschen fail ich halt so jetzt einfach so dass ich zum beispiel auch schnell gestorben dann habe ich auch so wie gar nicht getroffen und ich weiß nicht kommt wie der das macht mir irgendwie Spaß das ist eins was das geil ist echt wenn du auf einen drauf springst das er dann auch fragt ich weiß nicht also ein spiel wo ich wirklich sag vor dem spiel macht mir gerade übel mega viel spaß ist halt einfach so und ja aber die texturen finde ich gerade ist mir irgendwie noch ein bisschen komisch ne oder ich bin noch nicht richtig geladen oder was ich kann so geht doch vielleicht viel besser hier ne geht's habe ich da wieder ich da ich habe gedacht aber man in meinem ww ist ja was passiert wenn man denkt nichts gutes kommt dabei raus alter und schafft und ist ja da wieder genutzt okay sehr viel war das ist ja was wir da haben nein auch mal nur und amido und amido mann lässt du mich nicht ich habe ja ich muss dazu geben dass ich gerade auch anstellt kippen kann auch alle kommt mir zumindest auch so vor meine fresse das gibt es ja nicht das gibt es ja nicht ich bin ich jetzt eigentlich verarschen oder so um fehlen mir die worte ja übel kommen schon alter ja kommt und ich will wieder schön von hinten aber hauptsache er hat mich von hinten getötet ja ich norden und kämpfe noch mehr kämpfe doch noch um mann hoch und mann hoch das regt mich schon wieder an diesem spiel auch wenn sie einfach alle nur da oben rum kämpfen und so meine müssen ja keine flagge oder so geschützt die kämpfen da oben einfach nur rum anstatt dass man sich da auch mal ein bisschen bewegt oder so nein ich kämpfe einfach mal ein bisschen rum ich meine ich habe keine anderen hobbys und so ne und kämpfe einfach mal nur ein bisschen rum das ist doch einfach nur übel boah weißt du gerade dieses gerade dieses teil ich meine bei black ops und so ja und auch wenn man juckt mich nicht aber gerade in diesem teil wo man so viel schön viel rumhüpfen kann und so was habe ich denn überhaupt 11 zu 17 oh wei oh wei das tut mir leid das ist gerade so schlecht aber wir haben gewonnen okay ja das war jetzt natürlich naja ich habe nicht gespielt wie ein guter am randen kann ich gar nicht gut aber dafür gibt es dann nachher noch eine zweite runde also nicht jetzt direkt aber in der nächsten folge gibt es noch eine zweite runde die nehme ich jetzt natürlich sofort auf und auch wenn ich gerade gefällt habe es tut mir sehr leid ich hoffe es gefällt euch trotzdem ich wünsche euch noch viel spaß und dann bis zum nächsten video adios tschüss 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 bis zum nächsten video adios tschüss